komet tornado rakete nicht die plastikausführung sondern noch mit wirklich großem kopf wie man hört ist einiges drin zwei große helios sonnenwirbel hier noch zu sehen das alte komet warnzeichen ich hoffe dass man das einigermaßen lesen kann ja jetzt auch zu sehen die warmenummer mit der nummer 1412 oben auch das kürzel hb denn diese rakete ist noch in deutschland in bremerhaven gefertigt genießt den effekt ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017